Hallo YouTube. Sarah ist meins. Hey Melvin, diesmal warst du drinnen. Fuck, ich habe mich kurz auf den PC geschlossen. Leg mich im Arsch. Nein, danke. Das macht dann der Melvin. Boah, alles anlassen. Ike, frag mal Benni aus. Stimmt, wir haben die Runde noch nie weitergemacht. Außer dass Melvin gerne Nova nehmen möchte. An die Füße, war das? Nein, richtig. Er hatte die Möglichkeit zu entscheiden, Elsa oder Nova und er hat sich für Nova entschieden. Sarah, hier ist eine neue Folge. Melvin will Nova. Und heute sehen wir. Und heute sehen wir. So. Ähm. Erleuchtung. Erleuchtung. Benni. Erleuchtet. Würdest du eher schwul werden und Melvin heiraten oder zur Eunuche gemacht werden? Los, Benni. Benni. Fuck, Benni. Das sind nur solche absurden Fragen. Ne, deine war noch in Ordnung, die ich dir gestellt habe. Ne, ne, eine Eunuche will ich nicht werden. Der gut meinte war wirklich in Ordnung. Zu welcher denn? Gib den Ruck. Hab ich doch gerade schon gesagt. Bist du los? Hast du nicht gehört? Okay, er möchte keine Eunuche werden. Also, Melvin? Freist mal. Ne. Melvin, würdest du dir vom Arzt einen Einlauf verpassen lassen oder dir ein Eichelpiercing stechen lassen? Aua. Einlauf ist ein dicker Schlauch im Arsch und dann erst mal eine Spülung bekommen. Aua. Äh, aber es, hm. Ich bringe doch einen Einlauf. Okay. Ähm, übrigens Benni, ihr könnt mich auch fragen. Ja, aber mir fällt gerade keine Ahnung, das ist das Problem. Ähm, mein Haus. Ne, mein Haus. Könnt. Das ist jetzt mal ne röde Frage. Egal. Du kannst fragen, was du willst. Oh, n Geschenk. Und einer tot. Hallo, Leute, Leute. Hallo, Hilfe. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, hier hat meine Karte. Ja gut, ich bin auch neu. Was ist denn hier los? Und tschüss, du Vogel. Wolltet er mein Haus looten? Ich glaube ich hab's hier. Eich, kannst du unsere Karten aufsammeln? Könnte ich, aber ich höre eine Kiste. Stopp, das hier. Melvin, willst du unsere Karten aufsammeln? Nee. Melvin, rette die Karte des YouTubers. Benni kann. Das brauchen wir später mal. Aaaaah! Oh, Eich, 13 AP. Wie Melvin echt als längstes überlebt Einlauf Ey, das sind Bots, die rennen einfach nur vorbei Oder auch nicht Melvin Sterb, du hast Darko getötet Und mich Melvin, mich kannst du noch lebendig machen Ja, aber ich muss Darkos Karte grad Meine auch Scheiße, da kommt der Melvin, du sprichst jetzt das Haus noch runter und holst meine Karte Ich bin näher dran Ich bin näher dran Ich hab geklingelt Melvin, ich hasse dich Ernsthaft Melvin, rette meine Karte Hab ich schon Alter, der schafft Hinter dir, Melvin, hinter dir Ich hab's geschafft Okay Nein, 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 der ist im Haus Da ist nicht nur einer, da war von zwei Also müssten es jetzt drei sein Ich bist dich Acht Sechs Vier Zwei Neu Einfach nur wiederbeleben, den Rest ist egal Waffen können wir uns immer besorgen Okay Wir können sie an Benni immer klauen Ich hab keine Waffen Bennis Karte hat Du hast Benni noch eingesammelt? Ja, der hat alle eingesammelt Als wenn er es noch geschafft hat Ja Hä, er kann uns doch an der Station eh nicht mehr wiederbeleben Doch, guck mal wo der Zone Rand ist Der ist direkt bei uns in der Stadt Ja, aber die Batterie ist doch schon Die ladet sich wieder auf Die lebt auf Achso Ladet, das ladet Ladet Aber da war keiner Aber man hat ihn weg können hören So, die Aufnahme besteht jetzt darin einfach nur Melvin zuzugucken Was allein schon Qual ist Ja Ey, Darko Ich hab eure Karten alle wieder geholt Ja Also Gut, in die Runde halte ich meinen Sabbel Du hättest mich auch lebendig machen können Dann wärst du sogar noch besser gewesen Ich will mich jetzt nicht aufmerksam machen Die suchen doch an dem du rumläufst Ja, das und die suchen dich doch Die haben auch mitgekriegt, dass du da bist Sonst würden die ja nie umsonst um den Bus rumruppen Boah, dieser Baum Ja, Darko Dieser Baum Lieber, würdest du lieber Melvin Sarah ausspannen oder zu Euren Huche werden? Zu ein was werden? Zu einer Euren Huche Ehrlich gesagt, ich brauch sie nicht ausspannen Ich hab eine Freunde, leise Also würdest du lieber zu Euren Huche werden? Nö Wenn, dann würde ich Sarah ausspannen Aber ich hab sie ja nicht nötig Boah, was? Okay Melvin, würdest du Sarah lieber an mich verlieren oder an Benni? Also, das wär ja schon eine Niederlage, würde ich sie an Ike verlieren Aber auch irgendwie traurig, würde ich sie an Benni verlieren Ich will nicht, ich will nicht Was heißt, was heißt, das wär eine Niederlage? Das wär echt ne Niederlage Du müsstest einfach damit Der Bus geht wieder und die beleben jemanden wieder Nanananananan Töte sie ihn, töte sie ihn, töte sie alle Aha Hello, man Welvin? Frage beantworten Sind da mehr Leute drin? Bring die Tüte in die Tüte in die Tüte Wer muss mit Malvin, bring ihn um Malvin, wenn er schlägt musst du draufschlagen Weil dann ist er ja angreifbar Warte Du hast doch nie mit Richard gekämpft, oder? Schön Das war eine Geile Kommission. Genau! Ja! So ist das!